Unternehmer im Porträt, es geht weiter mit unserem nächsten Gast, auch der ist weiblich, Anja Blodo hat uns besucht. Herzlich Willkommen, Frau Blodo. Immoqueen ist Ihre eingetragene Marke, unter der Sie firmieren. Ihre Webseite heißt nach Ihnen und Sie kümmern sich um Immobilien für Frauen. Sie sind aber in einer Familie, haben ein Kind, haben einen Lebenspartner, aber sind ausgerichtet auf Frauen als Zielgruppe. Warum das? Darf der Mann bei der Immobilie, die Sie den Frauen empfehlen, noch mitfinanzieren oder sagen Sie, nein, die Frauen sollen mal selbst diesen Weg gehen? Also de facto dürfen Frauen ganz alleine in Immobilien investieren, so wie sie auch allein entscheiden dürfen, was sie sich zu essen bestellen oder was sie sich an Kleidung kaufen möchten. Und mit Geld darf das ganz genauso sein. Richtig. Und bei Ihnen war es so, Sie waren, um Sie mir vorher erzählt, schwanger mit Ihrem Sohn, der ist jetzt drei Jahre und das hat so alles in Ihnen ausgelöst. Sie waren vorher angestellt, Anwältin, waren erfolgreich, daran hat es nicht gelegen, aber haben sich gesagt, ich muss was ändern in meinem Leben. Ja. Waren das so die Gefühle, die Hormone, die in der Schwangerschaft dann mitspielen oder wie erklären Sie sich das, dass das in der Schwangerschaft passiert ist? Also mit großer Sicherheit haben die Hormone daran einen Anteil, weil man einfach, und das kann man vorher nicht erfahren, bevor man nicht tatsächlich einfach mal schwanger war, man fühlt sich noch mehr oder ich habe mich noch einfach mehr als Frau gefühlt und ich habe einfach in dieser Zeit, wo ein Leben in einem heranreift, stellt man sich einfach nochmal andere Fragen darüber, wie geht es in der Zukunft weiter, was will ich, was will ich nicht mehr. Und bei mir ist einfach, hat diese Zeit zu einer großen Klarheit darüber geführt, dass ich sage, ich will nicht noch 40 Jahre in einen Angestelltenjob gehen. Ich will nicht noch 40 Jahre irgendwie meine Zeiterfassung machen müssen oder mir von anderen Leuten sagen müssen, wie und was ich zu sagen oder zu denken habe. Und ich wollte natürlich auch Zeit mit meiner Familie und meinem Kind verbringen, wenn es dann auf die Welt kommt und habe einfach wirklich aus einem Schmerz heraus mir überlegt, okay, wie kann ich es anders machen, wenn die Umstände sich nicht ändern, kann nur ich mich verändern. Also habe ich angefangen mir zu überlegen, wie kann Geld reinkommen, ohne dass ich dafür Zeit eintauschen muss. Sehr gut und Sie haben das alles schon vor Corona gemacht, das war dann quasi, fügte sich dann, dann kam Corona und Sie haben wahrscheinlich gedacht, Mensch, halte ich die richtige Eingebung. Ich hatte quasi schon ein Online-Business oder habe Online-Coaching gemacht, als das noch kaum jemand gemacht hatte, weil ich einfach wusste, ich will viel Zeit mit der Familie verbringen, also muss es online gehen. Und ich habe früher große, große Verträge nur am Telefon verhandelt. Ich wusste also, man kann auch Coaching am Telefon oder mit Zoom-Calls oder sowas machen und habe einfach gesagt, die, die bereit sind, mit mir so zu arbeiten, mit denen arbeite ich halt und mit anderen eben nicht so, weil es mir für meine Familie wichtig ist. Und das waren einfach Momente der Klarheit und die haben zu den entsprechenden Entscheidungen geführt. Toll, also nicht nur ein Kind haben Sie jetzt, sondern auch eine Firma und Ihren Job als Anwältin sind Sie los, beziehungsweise haben Sie ihn selbst losgelassen. Fehlt Ihnen das manchmal noch oder Kollegen, vielleicht Kolleginnen, das Miteinander? Tatsächlich manchmal, weil man als Unternehmer sozusagen sehr mit sich allein ist manchmal. Man muss einfach, man trägt für die viele Dinge Verantwortung, man muss es mit sich selbst ausmachen. Und klar, in einem Job sagt man manchmal, ja, war eine Vorgabe von oben. Oder Mai hat der Chef halt gesagt. Als Selbstständiger oder Unternehmer muss man selber auf diese Dinge achten. Aber beides hat seine Vorteile. Und ganz ehrlich, ich bin inzwischen einfach für Angestellten-Dasein nicht mehr kompatibel. Das geht vielen im Moment so. Und das ist ja vielleicht auch das Positive an Corona, dass sich da was verändert hat und es auch neue Möglichkeiten gibt. Kommen wir zu Ihrem eigentlichen Thema. Immoqueen ist, ich hatte es gesagt, sogar eine eingetragene Marke bei Ihnen. Das ist also Ihr neues Thema, für das Sie blühen und brennen. Aber was ich interessant finde, warum soll die Frau quasi jetzt in Ihrer Ausrichtung die Immobilie im Zweifelsfall auch alleine investieren? Was ist der Grund? Was ist da der Hintergrund? Einfach für mich, das ist alles aus meiner persönlichen Lebensgeschichte. Ich wollte einfach quasi für mich selber unabhängig sein, finanziell, ohne vom Chef, vom Arbeitgeber, von einem Mann abhängig zu sein. Und sage einfach, ich kann das selber in die Hand nehmen. Und es gibt ganz viele Frauen in unserem Land, die erstens sehr gut verdienen, die viel Geld schon über die Jahre auf die Seite gelegt haben. Und die ganz locker in Immobilien investieren können. Und ich glaube, es gibt jetzt vor allem nach diesen anstrengenden letzten zwei Jahren noch viele Frauen, die sagen, ich habe irgendwie ein bisschen die Schnauze voll von dem, wie mein Leben jetzt ist. Ich will was verändern. Und die verstanden haben, dass einfach ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt im Leben das liebe Geld ist. Und wenn man da anfängt, sich zu überlegen, wie kann ich anders Geld verdienen? Dann quasi kommt man auf neue kreative Ideen und es gehen neue Türen auf, es kommen neue Menschen zu einem und man wächst plötzlich. Und diese Erfahrung habe ich selber gemacht und sehe das auch immer sehr bei meinen Kundinnen, die einfach finanziell und auch sonst im Leben wachsen, die sich plötzlich mehr trauen, auch im Job anders auftreten. Plötzlich kommt eine Gehaltserhöhung rein und so weiter. Einfach, weil die plötzlich ein breiteres Kreuz haben. Und das ist für mich fantastisch zu sehen. Sehr gut, ja, gefällt mir sehr gut. Wie hat denn Ihr Mann reagiert? Ich meine, wenn ich mir das jetzt vorstelle, A, sind Sie schwanger, also er wird jetzt Vater und gleichzeitig sagt die Mutter meines Kindes, jetzt will ich mich auch selbst verwirklichen, vielleicht auch selbst eine Immobilie kaufen. Also wie waren da die Reaktionen? Also ich habe noch ein bisschen so eine Übergangsphase gehabt und habe aber dann einfach für mich gewusst, ich schaffe das perspektivisch, weiß ich, was ich tue. Und die Ergebnisse waren schon partiell da und ich werde weiterkommen. Mein Partner war ein bisschen geschreckt und gestresst am Anfang, weil er natürlich nicht wusste, woraus ich meine Sicherheit schöpfe. Und hat dann aber nach ein paar Monaten gesehen, okay, die hat wirklich das gemacht, was sie gesagt hat, läuft. Und jetzt hat er sehr großes Zutrauen an das, was ich tue und freut sich für mich und meine Erfolge mit. Respekt, tolles Konzept, toller Lebensverlauf. Letzte Frage, bitte bitte um kurze Antwort. Was können Sie denn anderen jungen Frauen oder auch älteren Frauen raten, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind und jetzt sagen, Mensch, die hat es richtig gemacht, die hat es geschafft, super. Was wären so Ihre wichtigsten Tipps? Auf sich selber vertrauen. Jeder von uns hat eine einzigartige Lebensgeschichte und hat schon viele, viele Probleme gelöst. Und die Lösung dieser Probleme kann für sehr viele andere Menschen eine große Hilfe sein. Und das allein bringt für jeden Menschen, der das jetzt hier hört, hunderte von Geschäftsideen, mit welchen Problemen, wo man selber eine Lösung gefunden hat, man anderen Leuten zu Diensten sein kann, die einem dafür Geld bezahlen. Danke für Ihre Offenheit, für Ihre Energie. Eine starke Frau heute bei uns in der Sendung. Das gefällt mir gut, Unternehmer im Porträt. Das war Anja Blodo. Immoqueen ist Ihre Marke und die Webseite anjablodo.com. Die blenden wir jetzt nochmal ein. Frau Blodo, alles Gute für Ihr Business und für Ihre Familie. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.